Diese Hubschrauber mit der neuen Ausstattung sind ein ganz wesentlicher Beitrag dazu, dass es weiterhin gilt, dass wir in Bayern sicherer leben können als in manchen anderen Teilen Deutschlands oder Europas oder der Welt. Das ist wirklich technisch das modernste, was es gibt. Aber sie erhalten vor allen Dingen eine noch nie dagewesene Spezialausstattung für die bayerische Polizei. Ob das die entsprechenden Infrarotkameras, Nachtbildkameras sind, ob das der Lasthaken ist, an dem zum Beispiel ein Löschwasserbehälter bei Waldbränden mit jetzt 1000 Liter entsprechend angebracht werden kann oder auch die Rettungswinde, mit denen wir mit den Kameraden der Bergwacht oder der Wasserwacht entsprechend aus besonderer Berg- oder Wassernotmenschen aufnehmen können. All das ist alles neu entwickelt und sehr aufwendig jetzt umgesetzt.